Ja ne, es läuft irgendwie nicht so wirklich gut, wie wär's, wenn du mir mal hilfst? Wie kommt denn da, ein Helikopter oder was? Ja super! Vor allen Dingen in meiner Verfassung, kein Ding, wir sind doch hier fit wie Turnschuhe, natürlich laufen wir mal ein paar Treppen Wir fallen hier am besten noch runter, setz uns wenigstens in den Rollstuhl, Mann Ich komm ja schon Und der nächste Versuch, er klappt ja immer noch nicht wirklich Doch komm, komm, komm schon! Komm, 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 komm Steh doch auf Oder halt auch nicht Dann setz mich doch bitte in den Aufzug, äh, also in den Rollstuhl. In den Aufzug. Alter, der hätte sich wohl nicht mal drüber anziehen können. Wäre da jetzt so schwer gewesen. Oh, jetzt kommt noch mal eine Cutscene. Was ist das denn? Ja, ja, weiß ich auch nicht. Wüsste ich auch mal gern. Vor allem, warum kann es fliegen? Alter. Ismael, nö, du darfst nicht verbrennen. Also, irgendwie. Was ist denn los hier? Was ist denn denn so ein Vieh? Jetzt kommt noch mal eine Hälfte. Was können wir denn jetzt mal gegen das Vieh machen? Ja. Das hat schon mal gegen das dicke Ding geholfen. Das ist jetzt so ein bisschen doof, dass man das jetzt immer sieht, wenn jemand von meinen Kumpels abhaktet weiß, was ich versuche. Oh, naja, egal. Wir schaffen es immer noch nicht aufzustehen, oder was? Oder, oh, 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 jetzt furcht gerade Sache. Läufst du natürlich hier. Oh, wenigstens können wir jetzt mal laufen. Und der nächste Hubschrauber. Ah, das hat man schon kaum gesehen. Das hat mich gerade unangenehm angehört. Wie soll man das jetzt selbst machen? Oh, jetzt kommen die auch noch. Wir sollten, glaube ich, jetzt mal uns beeilen, weil ich glaube, die sind nicht so ganz besonders gut auf uns zu sprechen. Ich bin doch schon unten. Hallo. Oh, ich hätte jetzt gedacht, jetzt hätte ich auch noch das Spiel aufgehangen. Noch einer. Oh, vor allem kommt da vorne einer rein. Oh, der lebt doch noch, der arme Kerl. Jetzt glaube ich eher nicht mehr. Oder vielleicht auch immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Ach komm, jetzt geht doch weg. Bitte, bitte. Ich habe jetzt den da gerade genommen. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt, im Gegensatz zu ihm hier. Armer Sack. Was ist denn jetzt hier? Sei doch einfach leise. Jetzt kommt der schon wieder hier hin. Wir haben aber auch mehr Glück als Verstand. Da vorne ist doch unser Ismail. Auf die will ich, glaube ich, nicht so unbedingt vertrauen. Da zeig ich ja. Das hat ja super geklappt. Das hat ja super geklappt. Ich würde mal sagen, von Kontrollpunkt fortsetzen, würde ich mal sagen. Spiel fortsetzen, ja. Heilung. Was kommt denn jetzt? Oh nein, jetzt kommen sie auch noch von hinten. Ja, ich würde jetzt glaube ich keine gute Entscheidung, sich auf so Leute zu verlassen. Ist hier nochmal gut gegangen. Ernsthaft? Jetzt? Als ob man immer so was dabei hätte. Let's go! Ja, das war wohl die falsche Entscheidung, um nach oben zu gehen. Sag ich ja. Ich komme ja schon mit. Weil drum. Und wenn da von hinten welche runter kam. Vor allen Dingen, wo sind wir denn hier? Was ist denn los da vorne? Ja, lecker Arschritte. Ja, lecker Arschritte. Oh Gott. Oh, von hinten auf. Ja, das war auch ziemlich dumm, wie ich sehe gerade, weil ich bin. Ich bin gespannt, wie ich den Schnitt nachher hinkriege hierfür. Ich bin gespannt, wie ich den Schnitt nachher hinkriege. Ja, ich bin gespannt, wie ich den Schnitt nachher hinkriege. Einfach mal hier drunter verstecken. Wo kommt der denn? Wo kommt der denn? Da kommt doch jemand. Hallo. Zurück, Junge. Zurück. So, jetzt war der hier drin. Und schnell weiter. weiter. Komma, Mitch. Komm, komm. 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 WD-T Ach, da lag nur einer drauf Wismill, du solltest dir was einfallen lassen Ja genau, geht da hinten mal schön raus Wismill, du verpissst dich doch da Ich komme ja schon Nein, doch nicht hier rein Ja, mach ich doch schon Ganz ruhig Fällt das so gar nicht auf, alle um uns rum sind so mit Blut voll und was weiß ich denn und Ja, wir liegen da halt so rum Und sind sogar noch am Atmen Was ist das? Oh, scheiße Junge, jetzt kannst du ernsthaft nicht einhalten Hätte dir das nicht mal vorher einfallen können Achso, war nur der Katheter Oh nein Das Vieh schon wieder Und das komische Monster auch schon wieder Oh, nix, im Gegensatzgegen Egal, mach ich auch immer, wenn ich brenne, schmeiß ich mich auch einfach aus dem Fenster Ich glaube, die alle ziehen sich auf Oh, nix, im Gegensatzgegen Ja gut, der Rutsch, aber ich denke, scheißegal Ja, der hat mich am Bein erwischt, Mann Alter, was ein Raketenverkehr Aber selbst das hat ihm nix ausgemacht, oder wie? Nö Nö Den hat ich wohl zum... Und das hat mich secret